Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal wieder mit dem Luxus aus Stata und wir schauen mal, was er hat. Man sagt, das letzte Hemd habe keine Taschen. Also sage ich, dann gebt das Geld aus und lebt lieber wie ein König. Ich habe genau das Stück, nach dem es euer Zuhause verlangt. Na dann zeig mal, ob du das hast. So, dann gucken wir mal, was es diese Woche gibt. Ich sehe schon, wir haben auch Pflanzen und große Bauten. Dann gucken wir mal. Wir fangen mal an mit Alinor, Spalier, blauer Vistarier. Oh, das ist aber hübsch. Dann haben wir das gleiche nochmal mit Violett. Das ist wirklich hübsch. Dann haben wir Alinorisches Glashaus. Sommer. Ah, das kennen wir noch vom letzten Jahr. Und Alinorisches Stall. Summersense. Okay, dann kommen jetzt Pflanzen wieder. Dann haben wir einmal den Baum, blauer Glycine. Die fand ich letztes Jahr, glaube ich, schon so hübsch. Dann haben wir den Baum, große Rotkiefer. Dann haben wir den Baum, lila Glycine. Und Setzling, blauer Glycine. Das ist halt ein kleiner, ne? Aber sie sind halt schon hübsch, die Bäumchen. So, ich hoffe, ihr habt was Schönes gefunden. Und ihr könnt mir gerne mal reinschreiben. Gerade hier mit den großen Bauten, wo ihr die hinsetzen würdet. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer neuen Auswahl vom Luxusausstatter. Schöne Woche euch. Bis bald. Tschüss.